Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass jetzt, dass hier meine Videos nicht dazu da sind, dass du sie nicht mehr sehen kannst. Aber manchmal, ja, möchte man gerne die Augen zumachen vor etwas, möchte etwas nicht mehr sehen. Und ja, das kennen wir auch aus der Kindheit, dass man einfach so die Hände vor das Gesicht gehalten hat und gesagt hat, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Und genau das einfach als Lachübung machen. Hallo, wo bin ich, wo bin ich, hier bin ich. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Oder natürlich als Einstieg, ja, sag ich mal, für das Dunkellachen, im richtigen Dunkeln Lachen. Ja, in der Stadt, wo du vielleicht wohnst, ist es schwierig, wirkliche Dunkelheit herzustellen. Irgendwo ist eine kleine Leuchte, irgendwas, ein Kontrolllämpchen an und durch die Ritzen kommt irgendwo Licht herein. Also manchmal ist es schon sehr schwierig und dann hilft es natürlich auch, die Augen zuzumachen, die Hände über die Augen noch zusätzlich zu machen und dann einfach mal ganz entspannt zu lachen. Und wenn der Raum natürlich wirklich richtig schön dunkel ist, dann kannst du die Hände wegnehmen, dann bist du ein bisschen entspannter. Und wenn absolute Dunkelheit ist, meist ist das ja so im Badezimmer schon mal die Chance, dass dieser Raum so, wenn da kein Fenster ist, dass da komplett hermetisch alles dunkel ist. Vielleicht auch die Ritze von der Tür, so nachts natürlich vielleicht, wo sowieso draußen dunkel ist und dann kommt nichts mehr rein und dann kannst du die Augen aufmachen und im Dunkeln lachen. Eine fantastische Erfahrung, die nur jedem ans Herz legen kann. Probier es einmal aus und ich freue mich über deine Rückmeldung, ob dir das gefallen hat, was du da gespüren konntest, ob du dich besser spüren konntest nach einiger Zeit. Also nimm dir gerne auch die Zeit zum Spüren. Das ist ja für mich ein ganz wichtiger Punkt bei dem Lach-Yoga, dass du nicht von einer Übung zur nächsten hetzt, sondern dir Zeit nimmst, das nachzuspüren und dass dann auch die Stille nochmal genossen wird. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche dir einen schönen Tag und viel Freude bei der Übung.